Die Marktkonzentration im Kakao-Geschäft ist enorm. Die sechs größten Hersteller von Konsumprodukten wie Schokoriegel und Tafelschokolade dominieren rund 40 Prozent des Marktes. Dazu gehören auch die Schweizer Firmen Lind & Sprüngli und Nestlé. Den Kakaohandel dominieren drei Händler mit einem Anteil am Welthandel von 65 Prozent. Unter ihnen der Schweizer Konzern Varikallebaut. Varikallebaut und Cargill stellen außerdem rund 80 Prozent der weltweit produzierten Industrie-Schokolade her. Es sind milliardenschwere Konzerne. Ihre Geschäftspolitik ist mitentscheidend dafür, wie gut oder schlecht es den Kakaobauern und deren Familien geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017